Buongiorno, Signore, Signori, benvenuti nella mia casa. Willkommen in dem Geburtshaus der Ode Colonia. Farina seit 1709, Ode Farina gegenüber dem Jönigsplatz, ist die älteste Parfumfabrik der Welt. Lassen Sie sich entführen in die Welt der Sinne, in die Zeit des Parfumeurs Farina. Hier erfand Farina den Jahrhundertduft, der noch heute die Welt begeistert. Ode Colonia nannte er seinen Duft, der ihn an einen italienischen Frühlingsmorgen nach de Bregen erinnerte. Was erwartet Sie im Museum? Ausgesuchte Flakons, Historie des Hauses, Portrées, Porzellan und Büfte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020